Hallo Leute! Ja, ihr seht's, ich kann die Finger nicht von dem Spiel lassen, ich möchte unbedingt auch diese Henry Mission spielen, ja. Ihr seht, ich hab hier schon mal kurz angefangen, einfach um die Steuerung von Henry in den Griff zu bekommen. Neues Spiel. Ähm, normal. Ja, wir spielen mal normal, komm. Ja, weil, ich glaube, jetzt habe ich ja einen üblen Zeitdruck in dem Spiel, ja. Und da möchte ich dann gerne doch alles ausnutzen, um das irgendwie auswärzen zu können. Also immerhin die Steuerung, ja, die darf ich dann bitte beherrschen. So. Ich glaube, jetzt kommt noch mal die Story, die haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon gelesen, deswegen kann ich jetzt frei herauslabern. Ihr könnt entweder mir zuhören oder die Story noch mal lesen, ja. Also, ich habe mich informiert bei der Story von, ähm, von Cornel, dem Wolfsmenschen, ja. Da gibt es nur ein Ending, ja, und das haben wir ja gesehen. Jetzt hier bei Henry gibt es offenbar zwei Endings, also entweder man schafft das mit den sieben Kindern oder eben nicht. Und wenn man es schafft, dann schaltet man dann, glaube ich, die anderen zwei Charaktere frei. Also Carrie, die wir bereits kennen, und diesen Schneider-Typ da. Und so wie ich jetzt gelesen habe, sind die Storylines, die Geschichten, die Abenteuer von Carrie und diesem Schneider, fast exakt gleich wie im anderen Spiel, also in Castlevania 64. Ja, und mit Carrie haben wir da gespielt, und die Sache mit Schneider, ich glaube, die lasse ich da gut sein. Aber hier die Sache mit, äh, mit Henry, die möchte ich noch machen. Was? Wir hatten ja alle, ja, sechs Kinder in sieben Tagen. Und ihr wisst. Tage gehen in diesem Spiel schnell vorbei, ja. Man hat nur 24 Stunden, jeder Tage 24 Stunden, mein Gott. Aber hier, was ist Henrys Ziele? Ja, sechs Gebiete. Sechs Kinder in blablablubs. Egal, wir spielen einfach. Also passt auf. Kind ansprechen. Okay, passt auf. Bam, 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 bam. Henry hat eine Schusswaffe. Ähm, das ist... In gewisser Maßen sehr geil. Aber... Auch gleichenteils scheiße. Denn, diese Waffe, die kann natürlich auch leer gehen. Und dann muss man nachladen, ja. Und das ist alles andere als toll. Ja. Und man sieht, also ich zumindest, ich sehe nicht, wie viele Kugeln noch in der Waffe sind. Und das ist sehr scheiße. Außerdem hat Henry noch einen anderen Angriff, und zwar... Zack. Hier mit seinem Schwert, und dann mit seinem Säbel, keine Ahnung. So, wir ballern hier das Tor auf. Am besten schon von weitem. Komm, springen. Mach schon. Nein. So, sehr gut. Jetzt kommt wieder dieses Skelett-Dings, oder? So. Ja, und genau. So. Mit dir habe ich gerechnet ausnahmsweise. Der Typ muss jetzt sehr schnell down gehen, nehme ich an. Weil, wie gesagt, ich habe kaum Zeit. Feuer, Feuer, Feuer. Nein. Ja, ich habe ihm zumindest Schaden gemacht. Das ist schon mal gut. Nein! Fickt euch! Ihr Drecksdinger. Feuer, Feuer, Feuer. Henry, komm! Ja. Ich habe, glaube ich, dir gut Schaden gemacht. Wo geht der jetzt hin? Ah, leck mich, ihr scheiß Skelettentyps. Echt jetzt? So, und feuern. Ja. Nachladen, komm. Ja. Ich habe, glaube ich, dir genügend Schaden gemacht. Das ist gut. Jetzt geht er da hin. Alles klar. Und wir losballern. Triff, Henry, triff. Triff, Henry, triff. So. War das gut? Ah, leck mich doch. Na, das darf nicht wahr sein. Fick dich. Du auch da am Boden. Jetzt muss ich... Nein. Jetzt bin ich zu nervös. Schieß! Jetzt schieß! Ist er kaputt? Ist er kaputt jetzt? Ich glaube, ja, oder? Ja, er ist kaputt. So. Was machst du da? Geh weg. Okay. Jetzt kann ich hier speichern. Und ich habe festgestellt, die Zeit hält an zum Speichern. Das ist sehr gut. Ihr seht, ich habe schon dreiviertelstunden vom Tag verschwendet. So, und nun? Wo muss ich jetzt hin? Ich glaube, hier runter, oder? Also hier rüber, besser gesagt. So. Und. Ja, gut. Und ich glaube, jetzt hier kam doch dieses komische Vieh, oder? Dieser, dieser... Wer... Was war es? Ein Stier? Oder ein Bär? Nee, ich glaube ein Stier oder irgend sowas. Kam der jetzt hier? Ja, ich glaube, der kam jetzt hier. Scheiße. Ja, da ist die Energieleiste. Oh Gott. Oh Gott. Stirb! Ja, 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 ja. So, alles mitnehmen kurz. Geh sterben! Gib mir die Brücke! Gib mir die Brücke! Danke! So. Und gut springen! Oh, gut, das hat gereicht. Okay. Und nun, ähm... Ne, muss ich glaube ich geradeaus weiter, oder? Okay, da ist nur Geld drin. Ah, verdammt! Geld wäre bestimmt wichtig, aber ich habe keine Zeit, um Geld aufzuheben, nehme ich an. Oh, ich hasse Spiele mit Zeitdruck. Ich hasse sie. Da war, ah, scheiße, da war eine Axt drin, die hätte ich dann gerne gehabt. Ähm, oh nein, hier sind wieder diese beiden Schalter. Muss ich irgendwo hin? Muss ich irgendwo hingehen? Das heißt, ich weiß gar nicht mehr. Muss ich noch hier runter? Ich geh einfach mal hier runter. Ich weiss nämlich nicht mehr genau, was ich alles tun musste. Nicht, dass ich da irgendwas vergesse aufzuschliessen und dann muss ich nochmal zurückgehen. Was ist das hier? Was? Äh, was? Das war jetzt... Oh nein. Nein! Das war dumm. Was ist das? Hä? Oh, Fleisch! War ich hier? Ernsthaft, war ich hier? Höh, da ist ein scheiß Kind! Hallo! Oh, Anthony, vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Ich wusste, du würdest kommen. Wenn ich groß bin, möchte ich... Was? Möchte ich will so ein so guter Soldat werden wie du. Nochmal. Wenn ich groß bin, möchte ich will so ein grosser Soldat werden wie du. Ja, leck mich. Scheiße. Habe ich das jetzt? Ich habe es angesprochen, oder? Vielen Dank. Ich warte vor dem Schloss auf dich. Aha! Alles klar. Und nun? Wo bin ich eigentlich jetzt? Stimmt das? Ja, es muss stimmen. Die Hebel waren bestimmt ungefähr am gleichen Ort. Ja? Hä? Aber habe ich jetzt nicht irgendwas übersehen? Hä? Nee, Moment mal. Ich habe jetzt diese beiden Schalter da noch nicht betätigt, oder? Nee. Hä? Aber im Durchspiel mit Connell habe ich die betätigt, oder? Ja, doch, da bin ich sicher. Da muss ich ja sogar mehrere Versuche starten. Hä? Habe ich das jetzt ausgelassen? Nehme ich nicht mit. Aber ich speichere hier. Hä? Da vorne kommt doch schon wieder dieses... Dieses... Äh, dieses Vieh, oder nicht? Hä? Oder wo bin ich? Ja, da kommt es schon wieder. Hä? Habe ich jetzt irgendwas ausgelassen, oder so? Ja, definitiv habe ich das ausgelassen, oder nicht? Ja, ganz, ganz klar. Äh, okay. Meine Frage, hätte ich das schon im anderen Durchspielen tun können? Das wäre nicht jetzt... Oh nein, diese Scheiss hier. Ja, das fände ich jetzt gerade noch sehr interessant, ob ich das da schon hätte überspringen sollen, oder nicht? Also, was heisst sollen? Ob ich es hätte können? Alles sehr interessant. Scheisse, schon neun Stunden um. Komm. Komm, stirb. Mach doch mal, stirb. Schieß weiter. Ja, nicht unbedingt auf die Typen da. Ich möchte dieses Ding mitnehmen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist bestimmt toll. Weil ich funkel so schön, ich es aufnehme. So, er hat wieder was verloren. Ah, ein Arm war das okay. Jetzt macht er wieder den Scheiß in der Mitte. Wow! Wow, 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 Typ, passt doch auf. Hat er schon mal so explizit mit seinem Sprung nach mir gezielt? Ja, mit dem Sprung zielen, das ist auch schön. Mann, lad doch nach, Henry. Du bist doch ein Penner. Jetzt Feuer! Ja, 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 wow, 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 nicht zu nah hin. Stirb! Ja, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Und nun? Scheiße, ich habe schon 10 oder 11 Stunden gebraucht. Was nun? Was nun? was soll ich tun jetzt hier weiter oder wie ja katzin war das jetzt das erste gebiet aber mal hallo dieses kind ja das war jetzt 99 85 prozent glück und 0,15 ich hoffe das gibt hundert jahren so viel gaming skills ja dass ich das jetzt gefunden habe das ist ja nie dass dass das grenzt an ein an ein wunder nicht mal an ein wunder das grenzt an magie scheisse okay aber wo ist jetzt das kind ich habe es doch gerettet oder es hat doch gestoppt stop 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 bevor ich jetzt weiter spiele leute ich hatte eine idee ja ich möchte jetzt pro tag ein video machen auch wenn es hat nicht so lange gedauert hat dieses video dauerte jetzt ein bisschen mehr als neun stunden oder ein bisschen mehr als zehn stunden ich weiß es gar nicht ja man sieht so schlecht halt ich glaube etwas mehr als zehn stunden und es waren halt gute zehn minuten video ja also seid mir nicht böse das sind jetzt halt mehr so zusatz videos zu diesem spiel hat deswegen dauert sie etwas weniger lang ich hoffe das in ordnung für euch auf jeden fall das war es für heute mit castlevania legacy of darkness mit der henry mission der erste tag also leute vielen vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal macht's gut